Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, Windows 7 USB-DVD-Tool, eine einfache Möglichkeit einen Installationsdatenträger auf einem USB-Stick zu erstellen. Wie Sie an ein Windows 7 ISO kommen, haben wir in einem anderen Video bereits gezeigt, Link dazu in der Beschreibung. Ich habe das damals selbst erstellte ISO hier schon auf meiner Platte liegen und ebenfalls natürlich einen USB-Stick hier. Das Tool, Link in der Beschreibung, einfach erst mal starten und installieren. Einfach entsprechend durchklicken, fertigstellen, starten, ISO auswählen, So, das hatte ich auf meinem Laufwerk E, weiter USB, Laufwerk auswählen, Kopiervorgang starten. Nachdem das abgeschlossen ist, können wir den Rechner neu starten und von dem Stick booten Wobei das Interessante natürlich jetzt nicht unbedingt darin besteht, dass wir jetzt Windows auch von einem USB-Stick aus installieren können, sondern eben aufgrund der Möglichkeiten auf diesem USB-Stick noch andere Tools zu kopieren, um dann eventuell das Ganze in Verbindung mit dem Live-System zu benutzen. Denn jede Windows 7 DVD oder jetzt unser Stick ist gleichzeitig auch ein Live-System. Einfach auf Weiter, Computer Reparatur Optionen, haben wir in anderen Videos schon gezeigt. Jetzt wird die entsprechende Installation auf unserem Rechner gesucht, die wird dann auch gefunden. Am Ende wieder auf Weiter klicken. So, dann haben wir hier unter anderem die Möglichkeit, die Eingabeaufforderung zu starten. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal Notepad starten, nicht unbedingt, weil ich was schreiben möchte, aber weil hierüber kann ich dann ebenfalls wieder den Explorer öffnen. So, dann habe ich nämlich jetzt hier meinen Wechseldatenträger. Und wenn wir jetzt hier noch andere Tools auf unserem Stick hätten, dann können wir die hier ebenfalls ganz problemlos starten. Das gibt uns dann eventuell einen entscheidenden Vorteil bei der Bekämpfung unserer üblichen Virenprobleme. Zeigen wir Ihnen in einem anderen Video. Okay. 4-D Susfynchron X